Freunde, wir sind weiter in Afrika. Ich sag euch eins, aktiviert den Countdown. Morgen, der Livestream, um 19 Uhr. Ihr werdet mit am Boot stehen. Es wird krass, ich werde euch das Boot, ihr werdet nicht mit rein, wir werden nicht alles zeigen. Aber ich seh morgen, sehen wir das Boot das allererste Mal und jemand aus Team Blau. Seid ihr im Livestream mit dabei? Morgen 19 Uhr, Countdown aktiviert. Das ist das krasseste, was wir jemals produziert haben. Sag doch mal. Das ist das krasseste, was wir jemals produziert haben. Das ist geisteskrank. Wir drehen Opener, Mid-Roll, Ball-Roll. Was drehen wir? Die ganzen Sekretär. Top-Roll. Wir haben noch Dings mit dem Fliegenden und alles. Das sind so die Dinge dann, dass man nicht weiterkommt, weil Soldaten da stehen und wir hier drehen wollen. Das ist krass. Ich finde diese Landschaft, ich finde das alles so schön. Das ist unfassbar. Auch da hinten, da unten, das Meer. Afrika, ich kann euch nur sagen, das ist eine Reise wert. Ich war schon mal in Kenia. Das müsst ihr mal erlebt haben. Mein Tipp, Afrika. Ich bin hier mit den Jungs am Beach Wilson. Ich habe so geile Leute gekriegt. Die sind alle da. Wirklich geil. Ich liebe die Jungs. Wirklich geil. Die wollen unbedingt mal im Instagram getaggt werden. Schreibt den Jungs mal was. Gebt mal Grüße und Props raus an die Jungs. Wolfsley Co. Wir drehen jetzt hier hinter. Wir sind am Start. Es ist so geil. Ihr könnt euch vorstellen, wie herzlich. Das ist from the heart, you know. From the heart. Ja, wirklich. Einfach toll. Alle haben sich gefragt, wo ist eigentlich Joey Kelly? Wo ist er? He is ready. Joey Kelly, Team Orange, er ist da. Welcome to Africa. Schaffen wir das? Auf jeden Fall. Hoffentlich kotze ich nicht. Mach mal richtig, Willi, jetzt. Gut, Willi. Einen noch, Willi, komm, richtig. Okay. Zack. Bruder, was ein Feiter. Willi, gut. Gut, Willi. Zack. Jetzt Kick, 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 Kick. Kick ist mein Move. Kick. Achso. Super. Jubel, Jubel. Let's go. Der will das so. Ich kann nicht. Er hat ein bisschen zu viel. Ich kann nicht. Ich will jetzt nochmal die Hand. Ich mache jetzt einen Backflip mit Klammern. Wirklich? Mit Schuhen, mit Eifern. Ich will nicht. Na, wie, na, wie, na. Eh, eh, waka, waka. Eh, eh, eh. Na, wie, na, wie, na, na. Cause this is Africa. Willi. Drei. Der macht's nicht. Zwei. NIEMALS! NIEMALS! Willi, du bist super, ohlala! Willi, alle wach, ohlala! Ey, du bist gegen! Naja, wenn du weiterfährst, bist du noch gegen! Fahr weiter, fahr weiter! Oh mein Gott! Absolutes Talent jetzt! Ich hab Joey Caddys Bus schon mal gegen die Wand gefahren! Wo ist Joey Caddy überhaupt? Der sitzt da im Auto! Ey, mit Schlappen ist das aber auch ein Ungekehr! Woah! Ich stand! Der Joey Caddy! Ja! Du brauchst diesen nicht mehr! Guck mal da! Super, super! Wo ist denn der Fahrer? Reicht das? Nein! Wir sind oben auf dem Truck! Jetzt geht das los hier! Guck mal da drüben! Szenen werden gedreht, freut euch drauf! Seid ihr nervös? Nein! Nö! Joey nervös ist! Da mach ich mir Sorgen! Oh mein Gott! Da sieht es eher aus wie sie sind! Das ist eher so der Standart, muss ich sagen! Der Hafenmeister meint doch aus Afrika Leid! Wir sehen auch wie das hier verliebt ist! Das zum Beispiel finde ich! Das sieht schon so aus! Die Flötenmeister kannst du sehen! Klar! 19 Uhr Streamstart, seid am start! Freunde, dann gibt es den ersten Eindruck vom Boot! Team Orange! 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 Orange kriegt nur die Müll ab vor! Orange! Orange kriegt nur die Müll ab vor! Orange! Orange! Wir gehen aufs Boot, wir gehen aufs Boot. Kommt ins Stream, streamschaden, jeden Augenblick. Wir gucken uns jetzt die Boote an. Hey, das ist die letzte Story. Tschüss. Gehst du mal gucken? Tschüss, 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 das ist die letzte Story, bevor wir weg sind. Das sind alle. Wir kommen. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao. Letzte Story, sehen uns in ein paar Wochen. Alle sind bereit. Ich hab vielleicht zwei Stunden geschlafen. Tschüss. Noch mal in die Kamera. Tschüss. Das war's. Ciao. Was soll ich sagen? Ich komme mit? Leider nein. Ciao.